Eine Ehefrau kommt von der Arbeit wieder und findet einen Schlüpfer in ihrem Schrank, der ihr jedoch nicht gehört. Rasch fragt sie ihren Ehemann, wessen Schlüpfer ist das? Der Ehemann antwortet, ich hab keine Ahnung, woher das kommt, ich mach ja nicht die Wäsche. Daraufhin ging sie zu ihrer Putzfrau und fragt sie, wissen Sie, wessen Schlüpfer das ist? Empört antwortet die Putzfrau, entschuldigen Sie, woher soll ich das wissen? Meine sind das nicht, ich trage keine Schlüpfer, das können sie sogar ihren Mann fragen.